Das ist die Geschichte. Okay, Bernhard, glaubst du die Dinge über das Reiches Gottes und den Namen Jesu? Ich glaube. Ich kaufe dich im Namen Jesu. Ich kaufe dich im Namen Jesu. Ich kaufe dich im Namen Jesu. Und der nächste? Ah, ja. Die Kleider. Ich habe diese Kleider. Ich kaufe dich im Namen Jesu. Angela, glaubst du die Dinge über das Reiches Gottes und den Namen Jesu? Ja, ich glaube. Mama, soll ich auch da noch rein? Ich kaufe dich im Namen Jesu. Papa, komm, Mama, ich weiß. Genug? Ja. Gott erst unten bis hin glücklich. Ich kann es auf der Tat bestehen bleiben. Hey, Michaela, glaubst du die Dinge über das Reiches Gottes und den Namen Jesu? Das ist mein ganzes Herz. Ja. Ich kaufe dich im Namen Jesu. Ich kaufe dich im Namen Jesu. Heavenly Father, please bless mich, Michaela. Please bless everybody. In Jesus' sake. Amen. Es ist sehr rutschig, Alexis. Soll ich dann auch mit den Schuhen? Ja, gut, ich kann auch mit den Schuhen. Ja, mach ich. Und kalt ist es auch. Naja, es geht. Es geht. Man wird sich dann gewöhnen wahrscheinlich. You believe the things about the Kingdom of God and the Lord Jesus Christ? Yes. I baptize you in the name of the Lord Jesus. Oh, oh Jesus Christ. Heavenly Father, we bless you Jesus Christ. Jesus Christ. Bye. So maybe let's pray you with a translator? Wir beten, dass du uns alle segnest in unserem neuen Leben und dass du jeden von uns in dein wundervolles Königreich bringst. Im mächtigen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Vater, der du bist im Himmel, wir danken dir für den schönen Moment. Du hast uns alle hierher geführt, wo wir getaucht werden können auf den richtigen Herrn Jesus Christus. Und wir beten, dass du jeden von uns segnest und dass du jeden von uns deinen Heiligen Geist gibst und dass wir mit deinem Messias Jesus und mit dir, Vater, bleiben und dass wir für immer in deinem Königreich leben können. Und wir bitten, dass der Herr Jesus sehr bald wiederkommt. Und dass du uns bewahrst in dieser verrückten Welt, in der wir leben. Und dass wir im Glauben bleiben an dich. Wir beten im Namen von Jesus Christus. Amen. So, you know that Jesus was of our nature, he was son of God, our nature. Ihr wisst, dass der Herr Jesus unserer Natur entsprach. So, he was not God himself, he was son of God. Er war nicht Gott selber, sondern der Sohn Gottes. So, by being baptized, we are identifying ourselves with him. Durch die Taufe identifizieren wir uns selber mit ihm. That he knows our hunger, he knows our temptation. Er kennt unsere Beweggründe und er kennt unser Herz. Er starb und stand wieder auf. Und durch die Taufe werden wir verbunden mit dem Tod und mit der Auferstehung. So, wenn wir jetzt untergetaucht werden, identifizieren wir uns mit dem Tod Christi. Und dann kommst du aus der Branche, wie seine Resurrection. Durch das Auftauchen identifizieren wir uns mit der Auferstehung. So, I'd like to read from Romans, the letter to Romans, chapter 6. Wir möchten mal's lesen aus Römer, Kapitel 6. Charlie, kommst du bitte? Bitte, geh rein. Bleib doch mal hier auf dem Schatten, bitte. Römer 6, from verse 1 to verse 6. Vers 1 bis 6. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist. Auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleichsam. Also, wir werden auferstehen. Also, dieses Leben hier, das irdische Leben, ist ein Klacks. Verglichen mit dem ewigen Leben. So, whatever happens, if we are lucky, unlucky, good health, bad health, it doesn't matter. It's all just a moment. This is just a moment. Also, ob wir glücklich sind, oder unglücklich, oder gesund, oder krank, oder wie auch immer, ist im Vergleich zur Ewigkeit nicht viel. And we have perspective then. Wir haben Perspektiven. And the best is ahead. Und das beste ist vor uns. In the world, they think it was good when I was young. Now life not good, future is not very good. Genau, viele denken natürlich, solange sie jung sind, es war alles wunderbar, ist alles wunderbar. Und je weiter man voranschreitet im Leben, umso trostloser wird's. But for us, the past was bad, now is much better and the future is wonderful. Genau, und für uns Gläubige ist es genau umgekehrt. Da war eher die Vergangenheit schlecht und die Gegenwart und die Zukunft verspricht viel, sehr viel Gutes. Paulus hat gesagt, dass als Israel durch das Rote Meer ging, entsprach das wie eine Art, wie eine Taufe. Sie waren in Ägypten. Sie waren in Ägypten. Ägypten ist wie der Welt. Ägypten entspricht der Welt. Sie wollten einen Weg hinaus aus Ägypten. Und Gott öffnete das Rote Meer. Gott, ich will aber nicht meine Brüder, dass ihr ausracht lasst, dass unsere Vaters alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mossee getauft, in der Wolke und im Meer. So, er sagt, sie wurden in der Wolke und im Meer getauft. Weil das Rote See wurde geteilt und es gab Wasser auf der rechten und der linken Seite Wasser. Und die Wolke überall von ihnen. Eine Wolke ist Wasser, oder? Genau, entspricht auch dem Element Wasser. So, da öffnet sich eine Parable. Es ist wie eine Parabel. Dass wir in der Welt waren. Genau, so wie wir waren in der Welt Slaves Als Sklaven Und wir wollten auch raus da Aus der Sklaverei Und Gott führte uns Praktisch auch hierher An das Rote Meer Verglichen ungefähr Orotensee, ja? Ja Es ist Rotensee Orotensee und Rotes Meer Sorry, bitte, komm raus! Ja, so Als sie rauskamen aus dem Roten Meer Als sie rauskamen aus dem Roten Meer Waren sie nicht sofort im Versprochenen Land Waren sie nicht sofort im versprochenen Land Sie waren erst mal in der Wüste Das habe ich schon mal ausgedacht Das gleiche auch mit uns Wenn wir getauft sind, sind wir auch nicht gleich im versprochenen Land, sondern erst mal in der Wüste Und Gott gab ihnen täglich Manna Und Gott gab ihnen täglich Manna Und dieses Manna ist das Wort Gottes Seid ermutigt, jeden Tag im Wort Gottes zu lesen Ich kann viel über die Bibel lesen, aber man kann nicht den Text der Bibel selber lesen Es gibt viele Bücher über die Bibel Es gibt viele Bücher über die Bibel, aber es ist nicht das gleiche wie wenn du die Bibel selber liest Und natürlich haben sie diese wundervolle Telefone Und natürlich haben sie diese wundervolle Telefone Sie können die Bibel auf der Bibel selber lesen Genau, sogar im Internet kann man Bibel-Apps lesen Also, Israel wollte zurück nach Ägypten Sie sagten, es war so toll in Ägypten Es war so toll in Ägypten Es war so toll in Ägypten Da gab es viel Essen und tolle Früchte und gute Sachen Aber sie waren in einer schrecklichen Situation dort Aber sie waren in einer schrecklichen Situation dort Und so für uns geht es nicht zurück in Ägypten Für uns gilt dann eigentlich auch dasselbe Wir sollten nicht zurück in die Welt Wir sind erwachsene Menschen und keine Kinder mehr Wir wissen ja, was Ägypten ist So, lasst uns nicht zurückkehren Lasst uns gerade aus dem Herrn Jesus nachfolgen Lasst uns nochmal beten Unser Vater im Himmel Wir bitten dich, uns reichlich zu segeln Während wir die Rote See überqueren Und dass du uns innerhalb der Reise bewahrst Dass jeder von uns hier Das ewige Leben erreicht und dein Königreich Im Namen des Herrn Jesus Christus Amen